Dr. Kenneth Bright von der University of Colorado hat kürzlich belegt, dass die Sonne unsere innere Uhr positiv beeinflusst. Tja, eine weitere Studie zum Thema die positiven Effekte der Sonne. Ich bin's, Claudius Fabich von Blue Hawaii, hier in Beverly Hills, Los Angeles, Kalifornien, die Stadt der Engel. Tja, also wenn Sie mehr zum Thema Sonne erfahren möchten, dann kommen Sie entweder nach Los Angeles, wir sprechen persönlich drüber, oder aber Sie gehen auf bluehawaii.de. Da gibt es übrigens auch die Informationen zu unseren auf heiliger Erde Mauis gesegneten Elixieren von Blue Hawaii. Bis zum nächsten Mal, hang loose!